Wenn Sportbundpräsidentin Monika Sauer zum Sportabzeichen-Aktionstag begrüßt, ist die Tribüne eigentlich prall gefüllt. Wie 2019 in Konz oder 2018 in Dierdorf. Die ausrichtenden Vereine kommen zusammen, stellen Helfer und Teilnehmerschaft, eine Menge Leute und genau das war weder im Mai 2020 noch in diesem Jahr möglich. Sport in der Gemeinschaft, das Miteinander, aber auch das gegenseitige Messen, es fehlt in der Pandemie. Der Bewegungsdrang der Kinder ist ja immens und die Ärzteschaft warnt ja auch jeden Tag davor, dass gerade der Bewegungsmangel eigentlich das Schlimmste in der Pandemie war. Und trotzdem muss man sagen, ganz positiv, man sieht, dass der Familienzusammenhalt, doch sehr gewachsen ist. Familien dürfen miteinander Sport treiben. Die Grüns aus Mülheim-Kerlich tun dies regelmäßig gemeinsam. Erst recht, wenn das deutsche Sportabzeichen ansteht. Seit Jahren macht das Quartett beim TV Mülheim mit. Und auch 2021 lassen sie sich nicht aufhalten. Die Leistung aus den Vorjahren verbessern, das ist das eine Ziel. Weiterhin nehmen die Grüns auch regelmäßig am Familienwettbewerb teil, was ab drei Mitgliedern aus zwei Generationen möglich ist. Am 8. Mai, dem Sportabzeichen-Aktionstag diesen Jahres, ging die Familie zum Training ins Stadion, das zum Glück seit kurzem geöffnet ist. Das gewissenhafte Aufwärmen gehört dazu, denn schließlich soll gleich Leistung abgerufen werden. Wenn man mit der Familie Sport macht, ist das auch immer eine tolle Sache. Man sporn sich gegenseitig an. Und bei den Kindern ist es ja auch so, dass sie jedes Jahr ihre Leistung verbessern in dem Alter. Das ist bei uns ja nicht immer so. Aber es ist eine ganz tolle Sache. Um das Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold zu erlangen, gilt es in vier Kategorien Leistung zu erbringen. Die Ausdauer ist zum Beispiel über einen 3000-Meter-Lauf zu beweisen. Schwimmen wäre eine Alternative, wenn es erlaubt wäre. Bei den Grüns schlägt die 16-jährige Teresa heute zum ersten Mal Papa Gerhard. Die nötigen Punkte werden beide demnächst locker erlaufen können. Der 18-jährige Johannes und seine Mama Sandra trainieren heute die Schnelligkeit. Es wird gesprintet. Bei dieser Olympiade des Breitensports gibt es keine Gewinner oder Verlierer. Alle haben ein gemeinsames Ziel, das im Teamwork eher erreicht werden wird. Generell Sportabzeichen, Sportmann macht sowieso mal Spaß. Und alleine natürlich nicht so viel wie mit anderen. Und mit der Familie, man kennt sich, man pusht sich gegenseitig. Wenn man dann ein bisschen läuft, dann läuft man noch ein bisschen schneller. Wenn der andere einen anfeuert, dann macht es schon Spaß natürlich. Auch die Kraft unter Beweis zu stellen gehört dazu. Der eine macht es mit der Kugel, der andere mit dem Medizinball. Das Werfen steht heute für alle auf dem Trainingsplan. Wenn es um Koordination geht, ist Seilspringen auch zu Hause möglich. Heute, am Sportabzeichen-Aktionstag, darf es aber auch nicht fehlen. Denn das zeigen die jungen Grüns auf den Social-Media-Kanälen des Sportbundes. Ebenso wie den Stand Weitsprung, den Johannes auch zu Hause trainiert hat. Das Sportabzeichen kann bald kommen. Ich finde, dass die Leute sich alle freuen werden, wenn sie nun endlich wieder in Gruppensport betreiben dürfen. Und wir hoffen ja, dass wir am Dienstag dann von der Landesregierung auch neue Corona-Regeln erhalten, wo dann doch eine langsame, aber stetige Öffnung ermöglicht wird. Und dann kann das Sportabzeichen im Verein auch wieder abgenommen werden. Es wird Urkunden geben, Anstecknadeln und für Vereine winken als Prämien Gutscheine zur Anschaffung von Sportgeräten. Das deutsche Sportabzeichen nimmt Fahrt auf und bringt Menschen in Bewegung. Und das von der Regierung in der Georgia und dem Sie auch wieder abgenommen werden. Und das von der Polizei in der Georgia und der FIRST-D ambitious RB Vielen Dank.